Nichts ist unnötig, Toyota. War aber auch nicht schlecht. Hatte die Öfen weggesprengt? Mhm, aber was besseres. Was? Die Rubies. Hatte freigesprengt? Ich war im Crafting-Table, da bin ich rausgegangen, und da liegt der zwischendurch am Boden. Und dann, ja. Ah ne, nicht der Ernst. Doch. Oh my god. Hatte mich dann in der Fall... So. Ich hab hier, äh, äh, Schuhe für dich. Danke. Nacht. Gute Nacht. Und dann mach ich die auch noch schnell. Du hast doch noch Kohle bestimmt. Bestimmt, hab ich noch Kohle. Äh, warum nehm ich die nicht auf? Warum nehm ich die Schuhe nicht auf? Jetzt, äh... Okay, du hast doch bestimmt... ...drinks. Na, dann hab ich voll durchgeschmissen. Okay. Äh, dann hast du bestimmt Kohle. Ja, Kohle hab ich. Ach doch, ich hab, ich hab's dringend, drei Stück. Ja, die hab ich dir grad zugeschmissen. So. Uah. So. Hehehe. Jetzt hab ich genau 64 Kohleblöcke. Ach du Scheiße. Das sind jetzt schon mal neun Stacks Kohle. Oh, Scheiße. Hier geht's doch weiter. Und mit was natürlich? Mit Kohle. Kohle. Rauchst du spitze. Oh ne, hier geht's raus. Ja, ich will doch nicht raus. Zu spitzhacken. Werdi, wie wär's einfach, wenn wir... Ey, ohne Witz. Wenn wir uns mal runtergraben. Rauchst du spitzhacken? Wie oft sind noch auch? Ja. Ich hab noch zwei. Ey, komm hier. Kriegst noch welche. Oh, wie dieses hässlichen Creeper hier andauernd, ne? Oder wir ma... Was brauchen wir denn für ne Mining Turtle? Für ne Mining Turtle brauchst du schon irgendwas. Du musst Computer und alles craften für. Pass auf. Nein, nee. Jetzt hab ich Mining hier angegeben. Mining, well, Mining Turtle. Brauch ich eine Turtle? Und eine... Ja, Mann! Backaxed! Ja. Das ist ne Wireless Mining Turtle. Keine Ahnung. Ne Crafty Mining Turtle. Warte, shit. Okay, wie macht man ne Turtle? Aus einem Computer ne Chest und Eis... Okay, wie macht man ne Computer? Okay, ne Computer ist ja leicht. Aus Dawn, Redstone, haben wir nicht und Glas. Was? Class Pain. Wie baut man das? Wie baut man das? Ja, okay, das ist nur mal. Ich muss erstmal was schnell zu essen, sonst verhungert ich schon gleich. Okay, das schlimmste an der Mining Turtle ist eigentlich die Diamantspitzer. Geh auch ne Spaß. Oh, ne. Doch. Eigentlich nicht. Was dann? Keine Ahnung. Irgendwas anderes. Ich hab dir doch grad vorgelesen, was wir brauchen. Ja. Redstone haben wir noch nicht. Alter, ganz ehrlich, wie... Warum graben wir uns nicht einfach runter auf Diamant-Ebene? Nein, nein. Nein, nein. Stripte meine einfach. Ich bitte jetzt kommen ja und dann kriegst du deinen Spitzhacken. Ich bin schon da, Schatzi. Was? Mal gucken wie viel Speich' ich hab. Einen, ja. Oh, scheiss wir haben bestimmt mehr so viel Spitzhacken. Du, den Spitzhacken, ich geb dir Spitzhacken. Du hast mir nur einige gegeben. Nein, ich hab dir 4 Stück gegeben. wut oh ja die kannst du nicht aufsammeln was hey schmeiß man hier runter ne ich kann die nicht ah ok mein Inventar voll das heißt das ergreit sich alles ne so wo ist denn mit Gravel zu ich krieg ein Gravel weil ich spaß damit hab ich hab spaß ich hab spaß was denn das ist nix das hast du geschmissen berriedot berriedot ich hab so einen spitzen nein wir müssen jetzt 60 Stück mal hingehen ne schau mal lol ist die gut oder keine Ahnung ja guck mal weil ich hab ja noch Saphir ja ich hab mal ne Peridot m m oh Gott ich komm mal Eisen nach innen oh ich brauch noch ein Eisen ich hab dir mal das Fleisch was ich da raus hab nein soll doch Braten du hast ich hab's einfach gegen Eisen getauscht oh Gott ich hab schon gewundert hä ist das Fleischschlangen fertig? warum soll das aber Eisen drin hinten oh Gott oh Gott erst mal Inventar sortieren das so oh ja noch mehr Kohle noch mehr ich meine natürlich viel zu viel eisen gefahren werden wir immer gebrauchen weiter mit hin ich weiß die einzige ich kann mich zum arschlecken mit jetzt mal nach hause somit 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 ich habe ihn gesehen und gehört keine piskut ich habe noch mehr saphire das passt ich habe robbie robbie ruby nicht robbie fisch ja wie die das loch wurde gebotelt hat mich eingefallen mach ich jetzt eigentlich gerade wieder auf den heimweg ich schaue noch ein bisschen rum ich brauche jetzt unbedingt langsam mal dingens ist ist über so gut ist es nicht so ist es in der Verlaufgeschichte brauchen die Dore Lito und Redstone Oh! Oh, Penny! Ja? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nicht lustig. Doch, doch, voll lustig anzusehen. Vor allem die Reaktion von mir, die war auch... Die war eh allerbeste. Nee, vor allem, ich hab die schon lange gesehen und alles. Yeah! Nee, es werdet Licht. Oh, es laggt. Nein. Ah, stimmt, ich bin voll. Ja. Was schmeiß ich denn weg? Einen Gunpowder, oder? Ach, pfff, ein Pfeil. Da dachte ich nicht rein. Ey! Ich finde endlich mal... Au, 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 au. Lovergrabble. Ich kann kein Eisen aufnehmen. Saphir! Jawoll! Ich kann ernsthaft kein Eisen mehr aufnehmen. Ja, anscheinend. Pfff, schmeiß ich Knochen... Nee, Steinschaufel. Pfff! Mushroom! Ach du Scheiße, ich hab hier viel Kupfer. Ihr habt einfach auf Deutsch spielt. Was? Ihr habt einfach auf Deutsch spielt. Ich? Ja. Nö, ich spiel's nicht auf Deutsch. Oh, sagst du deinen Namen auf Deutsch? Als Kupferisch? Ich hab hier... Fuck! Jetzt hab ich's nicht gesehen. Yellowstone? Yellowstone? Oh, oder irgendwas. Yellowstone hab ich auch. Ich weiß nicht mehr, für was das ist. Trotzdem mitnehmen. Oh, ich hab hier bitte einen Saphir. Ey, das ist ein Enderman. Komm her. Kleine Pisco. Ey, du hast einen App-Block in der Hand. Gibt's jetzt einen App-Block her? Trächtig hat nix gesprobt.